Zahle Miteinander. Ja, denn Schnee, 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 wachsen, tanzen wir. Ist nicht herrlich? Mitte Januar und die ganze Schweiz liegt unter einer wunderbaren Schneedächli. Im Gegensatz dazu, ein Witz aus der Schulstube vom letzten Frühling. Da sagt der Lehrer zu den Kindern, Kinder, heute nehmen wir die Blümchen durch. Können wir ein Blümchen mit vier Silben sagen? Rosmarie hat gesagt, Ver-gis-mein-nicht. Schön, schön, Rosmarie, hat der Lehrer gesagt. Maxli hat gesagt, Alpenrose. Schön, schön, hat der Lehrer gesagt. Und hinterher hat Peterchen gestreckt. Geschlechtsverkehr. Der Lehrer sagt, Peterchen, da hast du ja keine Blumen. Aber schön, schön. So, viel Spass beim Schneeschaufeln heute. Ciao, bis morgen. schau. 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 Untertitelung des ZDF, 2020